Und damit willkommen zurück zu Let's Play Sonic Adventure DX. Wir haben das letzte Mal Tails abgeschlossen, voraus jetzt, ich krieg das Radgerät, danke. Und ich würde sagen, dieses Mal machen wir einfach mal Knuckles. Ich hoffe, das ist nicht absolut schrecklich. Ich bin hier, auf einer dunklen Ereignis, immer die Master Emerald, von allem, was kann es. Ich weiß nicht, warum ich diese Arbeit gegeben habe, warum es mein Fate war. Destined zu sein, hier, für immer. Was ist hier passiert? Oh nein! Oh! Something's happened to the Master Emerald! Huh? Who are you? Did you do this? Oh, I'll get you for this! Hey! No fair! Wait! What's happening to you? Come back here! Whoa! That was incredible! I've never seen anything like it! Oh no! It's starting to happen! Without the Master Emerald's power, this whole island will fall into the ocean! It's up to me to find the missing pieces of the Master Emerald! It won't be easy! The pieces fall off everywhere! I guess I'd better start looking anywhere I can! Okay! Okay! Mal gucken! Was kann ich? Ich kann gleiten! Ich kann zuschlagen! Aha! Okay! Was ist das? Knuckles! Knuckles! You should be able to get into City Hall! Okay! Wo ist City Hall? Warte! Warte, du sagst hier irgendwas... Nein! Natürlich nicht! Warte, du sagst hier irgendwas... Schau deine Augen auf dem Radar, um die Pfeile des M.L.A. zu finden. Aua. Au. Was war das denn? Moment, also hier lang. Was machen die grünen Pfeile? Oh Gott. Ich weiß gar nicht, was irgendwo ist. Nice. Also doch hier lang. Das könnte eine Weile dauern. Hey. Ah, das zeigt mir an, wenn eins in der Nähe ist. Sehr gut. Eins ist hier. Irgendwo. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Hier drin. Nice. Okay, da haben wir ja schon ein Zimmer. Au. Hey. Hey, das ist vielleicht nicht. Und wieso jagt die Polizei uns? Hat doch schon wieder alles keinen Sinn. Moment, hier bin ich gestartet, ne? Hey, wir waren Ringe. Cool. Aber, okay, ne, da kann ich die Kammer auch nicht hindrehen. Noch ein Leben. Immer nice. Hmm. Hier lang, ja super, was ist hier lang? Daaaah Was ist das? Ich habe ihn gefunden! Ha, gut genug! Moment, ist hier was? Also das, wo ich mit Knuckles hinkomme. Nee, sieht nicht so aus. Ich muss offenbar noch nicht in die Mystic Ruins. Oh, bitte nicht wieder in Casino-Level. Nein, bitte nicht. Bitte keine Master Emerald-Scherden im Casino. Warte. Warte. Ich bin ja falsch, ne? Ich bin ja richtig falsch. Boah, das Casino-Viertel nochmal. Dann müssen wir doch durchs Hotel, ne? Oh Gott, keine Sinopolis ist geöffnet. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was ist das Hotel? Was soll ich denn hier machen? Okay, ich kann doch nicht das Kind schlagen. Hm. Oh Gott. 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 Ey. Arian. Hier. Okay, hier ist offenbar kein Master Emerald-Teil, aber hier in der Nähe ist auf jeden Fall eins. Hey, hier sind zwei in der Nähe. Aua. Pass. Pass. Das ist hier. Hier ist eins. Ganz in der Nähe kann man es irgendwo sehen. Aua.